Hallo liebe SC Paderborn-Fans, ich habe heute die Ehre, dass ich euch einen unserer Neuzugänger vorstellen darf, für mich ein alter Bekannter und habe jetzt auch noch gleich ein paar Fragen an dich, Team. Die erste ist jetzt gleich mal, freust du dich eigentlich, dass du mich jetzt täglich wieder in der Familie siehst? Eigentlich nicht, also ich habe mir da schon was anderes vorgestellt, aber nee, Spaß per Seite. Klar, wir haben ja lange zusammengespielt und auch lange erfolgreich gespielt und deswegen freue ich mich, dass ich schon mal jemanden kenne in Paderborn und ja, der Nick ist ja auch ein cooler Typ. Danke. Ja, sind wir gerade beim Thema, was unterscheidet denn Paderborn jetzt von Leipzig zum Beispiel? Ich kenne ja Paderborn noch nicht so gut, ich bin ja erst zwei Tage da gewesen, aber uns unterscheidet erstmal nicht, dass wir beide in der zweiten Liga spielen und gut, Leipzig ist jetzt oben dabei, wir kämpfen darum, dass wir in der Liga bleiben. Ansonsten lasse ich mich nur überraschen, was so auf mich zukommt. Gut, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage an dich, du hast jetzt zweieinhalb Jahre unterschrieben, ne? Und was erwartest du denn oder was stellst du denn vor jetzt für die kommenden Jahre? Naja, zunächst mal jetzt das nächste halbe Jahr, ja, alles andere lassen wir mal beiseite, also jetzt die drei Monate, das wird es dann Vollgas geben. Ich will der Mannschaft helfen, dass wir das kurzfristige Ziel erreichen und das kann ja nun erstmal nur Klassenerhalt heißen und alles weitere ergibt sich dann von ganz anders. Das war's schon, danke schön, sehr schön, danke dir.